Tut mir leid, dass es nicht so gelaufen ist, wie du wolltest. Ich meine, es war der Wahnsinn. Ja, nee, es ist nicht. Es lief viel besser. Was? Wir kriegen jeder zwei Drinks und eine Vorspeise. So was habe ich mir gewöhnlich. Und zwar aufs Haus. Was gibt es für Abschiedsgeschenke? Ich dachte an die Kokosnuss-Shrimps, weil mir der Hotdog entgangen ist. Weggegangen, Hotdog gefangen. Du bist überhaupt nicht enttäuscht? Nein, wieso denn? Ich meine, diese Dinger sind sowas von abgekartet. Ja. Mehr kann ich nicht sagen hauptsächlich, weil ich keine Einzelheiten weiß, aber... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hier dubiose Geschäfte laufen. Ich finde sowieso, ich habe gewonnen. Die Leute sind ausgerastet. Und weißt du was? Ich weiß, ich sehe gut aus. Ich brauche keinen Raum voller Betrunkener, um das zu bestätigen. Kann ich so werden wie du, wenn ich groß bin? Ja, ich möchte, bei euch doch, wenn ich相信, der